Liebe Frankfurterinnen und Frankfurter, wir sind hier gerade in der Nähe vom Mikado und gerade hat das letzte große Forum stattgefunden in diesem Wahlkampf, ein Jungwählerforum. Also auch wirklich spannend, nochmal die Meinungen und Eindrücke von jungen Menschen aus der Schulzeit hier mitgegeben zu bekommen, die einen ganz anderen Blick zum Teil haben auf unsere Stadt. Nun ist es in Kürze soweit. Am Sonntag, dem 4. März, entscheiden die Frankfurterinnen und Frankfurter darüber, wer ihr neuer Obergemeister sein soll. Sie entscheiden darüber, wer die Geschicke dieser Stadt die nächsten acht Jahre lenken wird und wohin sich unsere Stadt entwickeln wird. Eine sehr, sehr wichtige Entscheidung und eine weitreichende Entscheidung und ich hoffe sehr, dass sich viele daran beteiligen, denn es geht hier um etwas, es geht um die Zukunft unserer Stadt. In den vergangenen Wochen und Monaten habe ich versucht, sie davon zu überzeugen, dass ich der Richtige für dieses Amt bin. Wir haben auf Zukunftswerkstätten das Programm gemeinsam mit den Bürgern dieser Stadt erarbeitet. Ein Programm der Frankfurterinnen und Frankfurter für ihre Stadt geschrieben. In vielen Wohnzimmergesprächen, zu denen ich eingeladen wurde, über 40 waren es insgesamt, haben wir im Wohnzimmer tatsächlich bei Bürgerinnen und Bürgern mit Nachbarn, Freunden, Bekannten, Familie über diese Wahl gesprochen und darüber, was Frankfurt braucht, welche Probleme es gibt und welche Lösungsansätze es gibt. Ich hoffe, ich konnte Sie mit meinen Ideen, aber vor allen Dingen auch mit meinem politischen Ansatz überzeugen, aber wichtig ist vor allen Dingen, dass Sie zur Wahl gehen. Am 4. März geht es um etwas, beteiligen Sie sich daran, entscheiden Sie mit über die Zukunft unserer Stadt. Herzlichen Dank.